Einmal hast du das Gefühl gehabt, es wird riesengroß, du bist unbesiegbar und am nächsten Tag hast du das Gefühl gehabt, ob du das schon machst, das wird nichts. Das Wichtigste für jeden Startup ist, an seine Vision zu glauben, überzeugt zu sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Jeder Franken, den wir verdient haben, haben wir dort hineingesteckt. Am Wochenende ist geschaffen worden. Okay, jetzt kommt es gut, jetzt haben wir das richtige Produkt. Dass man das richtige Team an Bord hat. Ohne gute Leute kann man nicht erfolgreich sein. Das Leben hat einfach die Wichsjahr stattgefunden. Wir laufen in der richtige Richtung. Wir haben herausgefunden, wie wir es verkaufen vom Akten. Und das Dritte ist, dass man sich radikal auf den Kunden konzentriert. Das Produkt, wo man Rechnungen schreiben kann, wo man Buchhaltung machen kann, wo man Löhne anbrechnen kann. Das ist etwas, das die KMUs in der Schweiz brauchen. Der natural first choice für die KMUs. Das Produkt und die Idee, das muss ein Erfolg werden. Mehr machen, besser machen, die KMU-Landschaft weiterbringen. Die haben es geschafft, plus minus von null aus. Aber dass es so ein grosser Erfolg wird, damit hätte ich am Anfang überhaupt nicht gerecht. Mehr oder weniger Marktdominanz im Segment. Ich meine, es macht einfach Spass. Wir sind nicht mehr wegzudenken aus der Schweizer KMU-Landschaft. Bexio ist für mich vor allem fast eine Art Familie. Eine super coole Firma. Ein Traum, der sich erfüllt hat. Ein Platz, ein Ort, an dem ich gerne heimange. Ganz coole Leute. Ein ganz wichtiges Tool, das ich jeden Tag brauche. Und ich würde sagen, auf weitere 10 Jahre.